Hallo, mein Name ist Mori. Any pronouns? Ich habe Rhetorik studiert und dementsprechend werde ich nun hier an dem Mizi Kanalzerstörer Battle 3 teilnehmen. Manche kennen mich als einen Teilnehmer beim MKB 2, wo ich eine Quali eingereicht habe und dann gegen Unterhosen Johnny, auch bekannt als Retro-Cat, keine Runde eingereicht habe. Aufgrund dessen, dass ich eine lange Internetpause eingelegt hatte zu diesem Zeitpunkt. Mithi und ich haben uns irgendwann 2019 richtig erst kennengelernt, dass so THB 2 Zeit war. Er wurde zweiter Platz und ich war Leiter. Auf jeden Fall, ich habe einen Twitter-Account, Held-Mori, welchen ihr gerne attackieren könnt. Es sei denn, ihr seid von mir blockiert. Ich habe nur 4 Leute oder so blockiert, glaube ich auf Twitter. Oder so 2. Und beide haben es verdient. Was ist einer, was ihr sehen könnt? Auf jeden Fall, ihr könnt meinen Twitter-Account attackieren. Ich bin da ziemlich based. Und das mögen manche Leute halt nicht. Ähm. 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 Ich bin da noch eine certified Lol-Cow. Ähm. Oh, man. Ähm. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Ich muss ja irgendwie ihn zerstören, ne? Ähm. Boah. Wen zerstöre ich denn hier jetzt? Lass mich kurz überlegen. Ähm. Ähm. Okay, ich zerstöre mich selbst. Meine alten Videos waren alle Grütze. Ähm. Das war's. Ey, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir haben weiter Spaß beim Bett. быть, Zeit. Ich hätte Olá. Meine Lieunden habt ihrcs ange Commerce spielst, werde ich überlä magnetic Oh, nein,敗 faisz das influyeh recker. Ich bin.